Was geht Leute? Hier ist euer Mario Zocker 11 mit einem neuen Video und zwar mache ich hier ein kleines Ankündigungsvideo und zwar bin ich dieses Jahr mit Freunden auf dem Kinder- und Jugendfestival in Stuttgart, ja ok, nur auf einer bestimmten Attraktion. Ich bin ja gerade mal auf der offiziellen Kinder- und Jugendfestival-Seite und da suchen wir mal meine Attraktion. Das war Absicht, dass ich diese jetzt noch nicht gesucht habe. Wo haben wir die denn? Das war weiter unten, das weiß ich. Ah hier, hier sind meine Freunde dieses Jahr an der Pokémon Kids Tour 2015 hier in Stuttgart, hier ist der Schlossplatz. Und ja, die Aktion ist, an mehrerer Mitmachtstation können interessierte Kinder den Pokémon Trainerpass erwerben, Rätsel lösen, beim Malen kreativ werden und tolle Preise gewinnen. Darüber hinaus waren zahlreiche Überraschungen auf die Besucher. Und nicht zuletzt können sie sich natürlich nach Herzenslust mit den neuen Editionen Pokémon Omega Ruinen und Alpha Saphir, hier haben die glaube ich auch noch einen Schreibfehler drin gehabt, für die mobilen Konsolen der New Nintendo 3DS Familie genügen. Und der Veranstalter ist Nintendo of Europe GmbH. Ja, genau, wir sind dort an beiden Tagen, das heißt morgen am 18. Und übermorgen am 19. Dies findet jeweils von 10 bis 18 Uhr statt, wir sind die ganze Zeit dort anwesend. Ich trage auch ein Mario Zocker 11 T-Shirt, also falls ihr mich kennt und sehen wollt, natürlich könnt ihr mich dort sehen, aber ich denke, es ist keine große Chance. Aber falls ihr mich seht, ich trage ein Mario Zocker 11 T-Shirt und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.